Sie sehen mich heute das letzte Mal als Obmann des DAÖ. Das DAÖ, was für manche Medienvertreter schwierig aussprechbar war. Manche wollten oder konnten es nicht richtig aussprechen. In Zukunft wird man sich hier wesentlich leichter tun. Team Strache oder die Kurzbezeichnung HC ist ein ganz leichter Begriff, da tut man sich nicht allzu schwer. Das DAÖ ist somit, wenn Sie so wollen, Geschichte. Die Obmannschaft in diesen wenigen Monaten hat für mich sehr große Erfahrungen gebracht. Es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich bin aber trotzdem froh, dass es an der Zeit ist, dass es in richtige Hände übergeben wird. Es wurde ein wichtiges Etappenziel erreicht. Nämlich eine Plattform zu schaffen, eine nachhaltige Plattform, von der HC Strache auf Augenhöhe in einen Wahlkampf starten kann. Und von der aus vieles erreichen kann. Ich bedanke mich sehr bei meinen Mitstreitern, ohne denen das Ganze nicht möglich geworden wäre. Klaus Handler, Didi Kops, Gernot Rundpult und so viele, viele andere, die mit ihrer hochprofessionellen Arbeit dies möglich gemacht haben, dass wir hier heute stehen können. Nun, jetzt bleibt mir mehr oder weniger nichts anderes übrig, als dir, lieber HC, die Obmannschaft, die Obmannschaft dieser neuen Bürgerbewegung, der Steuer dieser Obmannschaft zu übergeben. Ich würde dich bitten, zu mir herauszukommen. Hallo. Wie Sie wissen, bin ich in meinen früheren Jahren, lange Jahre Autorennfahrer gewesen. Und ich möchte diese Übergabe hier mit einem Lenkrad eines Rennwagens vollziehen. Lieber HC, übernimm das Rad für die Steuer in Zukunft. Du bringst es sicher in die richtige Richtung. Bis zum nächsten Mal, dass ich mich geleistet habe glaube ich, warum das nicht nurimi ist. Ich bin das in die Kriegsführung. Glockenlade und wo die Postschule Drogen in der organised. Aber jetzt, wie schon geschieht. Ja klar, wir expandieren! Vielen Dank.